Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge aus der Videoserie Leadership vom Kenner zum Könner. Heute mit dem Thema Ohne Druck zur Lösung. Kennen Sie das? Sie versuchen krampfhaft ein Problem zu lösen. Der Druck von außen wächst und wächst, jedoch kommt einfach keine Lösung in Ihrem Kopf. So oder so ähnlich geht es vielen Führungskräften Tag ein, Tag aus. Doch was ist die Lösung? Eine Lösung könnte sein, einfach den Druck rauszunehmen, indem Sie mal nicht an das Problem denken und sich mit anderen Dingen beschäftigen. Das Unterbewusstsein arbeitet im Hintergrund weiter und plötzlich kommt der Geistesblitz. So oder so ähnlich haben Sie das alle wahrscheinlich schon einmal erlebt, oder? Also meine klare Empfehlung ist, Druck raus, Entspannung rein, Lösung her. Probieren Sie es doch einfach mal aus und teilen Ihre Erfahrungen hier unter diesem Video. Bis zur nächsten Woche, Ihr Christian Fuchs